Kannst du mit deinen Händen fotografieren, was ist am schönsten? Braucht ihr ein Thumbnail? Leute, ich brauchst nicht hier die Händen. Schaut, sieht nicht so schön aus hier. Aber drinnen ist schön. Ich hab keine Hände dabei. Das ist scheiße. Hast du schon? Hier auch noch. Hier ist sicher schön. Nur waschen dann gut. Ich will weiter hinten gehen. Weiter. Weiter nach hinten. Da hinten. Du musst noch abgehen. Tritts. Trage ich. Schaut Gerhard. Schaut. Nimm. Ja, ja, die ist schön. Oh. Oh. Schaut. Schaut. Da ist viel mehr hier. Jetzt ist es schön. Es geht aus Organiken. Naja, das ist schön verfolgt. So. So? Hm? Warte, warte. Na. Ist noch nicht ganz reif. Die andere, die andere. Diese. Da ist er auch noch weißer. Ich esse die. Strawberry Mukbang. Das war's für heute. gut Danke. Vielen Dank. Das war's für heute. 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 Was? 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 Was?